Der Fall ist abgeschlossen. Okay. 1593 Meter. Nachforschung, warte mal. Ja doch, haben wir doch erledigt hier den. Oh, da kommen neue. So, abgehakt. Die sind alle abgehakt, das ist gut. So, jetzt haben wir hier noch. Hinweise, die wir finden müssen. Und das ist da, wir haben gerade verfolgt. Nadine, der Befehlshaber. Das haben wir auch noch, ne? Finde die versteckte Städte. Äh, nicht gefunden, nicht gefunden. Ich habe einen Ordensmitglied, einen seltsamen Schäpe gefunden. Ja, hm. Gut. Aber wir müssen in die Welt. In die Welt hinaus. Wo hoch? Wo hoch? Alter, alter. Haben wir eine Schnellreise? Du musst, oh. Siehst du, da ist das Nachteil. Aber hier. Da können wir hin, ne? Hä? Warum nicht? Weil wir hier im Sperrgebiet sind, oder was? Bestimmt, ne? War das nicht irgendwie so, wenn du im Sperrgebiet bist, dann kannst du nicht reisen, ne? Aber jetzt. Lalalalalalo. Den müssen wir freischalten. Synchronisieren. Machen wir später. Beim nächsten Mal. Warte mal. Können wir noch nicht markieren? Jo. Machen wir. Hier reisen wir hin, und dann machen wir den erstmal fertig. So. Na komm. So. Da wollen wir hin. Da ist das wieder hier. Eine Schäbe oder was? Warte mal, wie leid das noch mal? Okay. Oh, fliegen wir hier hin. Okay, so, wo ist unser... ...markierte... ...ja... ...bisschen viele bei der Fäberwerkstatt, hm? Das Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Ja, wir müssen wieder Steckbriefe... ...los werden. Dann welche finden. Hm? Hm? Okay, voll schön Steckbrief. Ich werde nicht beurteilen. Vielleicht ist er nur das Opfer einer grausamen Welt. Genau, das will ich sein. Ekelhaft! Du wirst für deine Sünden leiden. Hm. Na, da hinten. Hm. 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 Ach, da, da hinten. Hm? Ach, da rutscht nur runter, ne? Kann er nicht da hochgehen? Ehrlich nicht? Hm. 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 Ich bin natürlich nicht in dieser Aufgabe. Ich finde sie sind immer schwer zu finden, die Steckbriefe. Ja. Genau. So, wieder schöne Werkzeug, äh, Materialien, das ist gut. Na komm. So, wenn wir den synchronisiert haben, sind wir auch wieder fast da, wo wir hin sollen, ne? Haaaah. Der Raubfohle und der Dämonen, finden die Ordensmitglieder, die sich da liegen, der Befehlshaber treffen. Ja, das ist hier schon wieder was zum Einsammeln. In 162 Meter. 96 Meter. Da ist er. Ja? Ding! Und da ist wieder ein Typ mit einem Schlüssel und da ist was Goldnes. Aha. Ah, eine Truhe. Okay. Oh, schwer bewacht. Ja. Können wir gleich mal Auskunftschaften, wenn wir schon dabei sind hier am Fliegen. Mhm. Okay. Da laufen ganz schön viele rum hier, ne? Ach da. Bing. Der auch. Bing. Da unten müssen wir rein. Dazu brauchen wir wieder den Schlüssel, ne? Und der steht da. Warte. Der liegt ja drinnen. Ach. Muss nachgreifen. Da ist auch noch eine. Okay. Liegt da der Schlüssel bloß auf den Tisch? Oder was ist das? Sieht so aus, ne? Alter. Guck dir das an hier. Klick, klick, klick. Klick. Hier ein Dicke. Gut bewacht. Gut bewacht. Ja, ja. Das wird wieder interessant werden. Ja, noch zwei. Da oben auch noch einer. Ja, mal sehen, von welcher Seite aus wir uns daran kämpfen. Ich sehe da auch welche. Ah, hier sind zwei. Okay. Hilfsmittel haben wir nur zwei oder ein Messer? Weiß ich gar nicht. So, mal gucken, von welcher Seite aus wir uns ranschleichen. Das ist halt da. So. Wo ist unser Dings? Wie viel haben wir? Zwei, sag ich doch. Hey, das ist der. Diese Stache. Hier ist der Gesuchte. Ergreift ihn. Oh nein. Ach, geht nicht. Okay. Wir müssen uns wieder hier... Okay. Ja, wir müssen uns hier... Entweder Munadi oder... Steckbrief. Wo ist denn hier ein Steckbrief? Das ist ja die Frage. Echt? Ja, dann müssen wir schnell weg hier. Komm, lauf mal. Hopp, hopp. Hopp. Oh, da ist er. Gut. Er braucht Steckbriefe. Ich könnte das viel besser zeichnen. Gegen Geld? Gegen Geld? Schön für dich. So, da wollen wir hin. Müssen wir irgendwie reinkommen. Ja, ich weiß, ich muss dabei... Ja, ich weiß, ich muss dabei... Oh, Gott. Den hab ich jetzt gar nicht gesehen, aber... Das ist natürlich ungünstig, ne? Bei den Wachen. Die könnten ja ein Doppelattentat machen. Oder einen nach anderen reinrufen, hier. Da ist ja noch einer. Gut. Das wäre ein gutes Versteck. Das wäre ein gutes Versteck. Bleiben wir wachsam. Genau, komm mal rein hier. Warte! Im Heukuschel. So. Das hier ist kein Schlachtfeld, du ungerobelter Klotz. Halt die Klappe. Der guckt nach da. Da sind nur noch zwei. Wir haben nur... Ja, wir haben zwei Messer, ne? Äh... Kriegen wir den an, wie sie es sind? Ne. Nicht aus dem Heulhaufen. Schade. oder haben wir wieder wieder ausrissen geht nicht jetzt funktioniert mir ja oh ja keine achtung für das gesetz der befehlshaber nein 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 hier hat es gar nicht auf dem schirm gehabt nein 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 sagt er kriegen die bogenschützen von hier aus weg jetzt haben wir noch ein messer ein messer die fangen von oben an hilfsmittel wurfmesser haben wir jetzt drei häh wer sieht uns da da war da 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 hinten der umhörläuft ok 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 erst mal gucken wie er läuft hier hatte hier aufstehen dann können wir die vielleicht mit messer oh scheiß scheiße wer spielt hier den affen Haben wir unsere ganze Messe verballert? Och, Mann. Natürlich doof. Hoffen wir kriegen noch welche hier. Die viel geworfene Dinger findet man die wieder? Weiß ich gar nicht. Oh. Der andere kommt doch bestimmt gleich wieder, ne? Irgendwann krieg ich nichts. Ja, sag ich doch, da ist er. Ach, der war bei uns da hinten, wo wir vorhin waren. Komm, wir sind verstecken hier. Komm, geh mal rein. Der kommt doch gleich wieder hoch. Wir warten, wir warten. So. Also, keine Messe mehr. Dat ist... Und die Pustepfeile, da hat er doch irgendwo einschlafen, ne? Aber das hat irgendwie Quatt gebracht. Ja, gut. Zeig doch, da ist er. Ich verstümmel dich Stück für Stück. Ja, komm her. Ich bin tot. Hm. Passiert, ne? Da könnte was sein. Warte! Komm rein. In der Kuschelhütte. So. Der guckt uns nicht an. Sie vertrauen mir, den Flüsse, die wir im Verwahrt bauen, das ist doch was, oder? Hey! Okay, okay. Hier oben hätten wir schon mal fertig. Wir brauchen noch den Schlüssel. Zeige mir alles. Ich bin tot. Da unten ist der Flüsse. Zeige mir alles. Einleicht ist rum. Einleicht ist rum. so viel sind da da ist noch ein Bogenschütze da sollen wir rein und der Schlüssel wo war der auf der anderen Seite da steht auch noch eine da müssten wir nochmal zurück ok weil alles was oberhalb ist könnte gefährlich werden doch auch 2 können wir einen Doppelattentat machen ne gedrückt hat zack zack gut haben wir eine Kähne herausfordernde geschafft schön hier ist der Eingangsbereich ach der ist der Alarmschläger das ist ein Horn weil der da oben hat an seinen Zeichen ich dachte mir schon das wäre irgendwie na oh da steht noch einer wollen wir es mit Dicken hier wegmachen da ein Mitglied von Adiab dem sollte ich nachgehen hier oder wir machen die hier hier ich auch das ja ja wir müssen weg 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 Ja, ja, die sind alle schockiert. Ja, ja, komm. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nieder ist ein Schlag.